Unser Record. Echt? Ja, das ist 0,1. Ich will mal ganz kurz, ich hab ein Achievement wieder. Ich hab sogar wieder drei Freunde. Nee, Inbox, scheiße, jetzt hab ich ihn mal angenommen. Ich hab drei Freunde. Ja, warte mal. Nein! Tricksie und der Ruf, mein Pirat. Hi, Pirat. Big Player, zehn Spiele machen. Ich hab ja noch irgendwo was. Alter, ich hab so viel Münzen gewonnen, ich weiß nicht, ob das echt Lack war. Go, go, Unwide Me. Ja, natürlich war das nur Lack, das ist ein scheiß Trick. Alter, ey, das war echt so lachhaft. Ja, du brauchst eigentlich nicht mehr, du kannst auch wieder zu spielen. Ja, ohne Scheiße, es ist so lachhaft eigentlich. Ganz aufhören zu spielen. Hallo. Vielleicht möchtest du auch immer mit mir schreiben. Hoch, hochklassige, was nehmen wir denn mal? High Robes hatten wir noch nicht, Rapidroof hatten wir schon am Anfang. Kann man denn eigentlich, wir können auch... Nein. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal eine richtige Map, einfach mal aus, oder? Bim. Wie einfach davon düst der Dorki. Yay. Okay. Wie einfach davon düst. Ja, ich hab die Tricks, die getroffen hat, mit meiner Rakete, mit meinen Dings, mit meiner Box. Cool, das finde ich schön, dass du hier einfach auf die Frauen gehst, das finde ich gut. Ach ja doch. Also Frauenrechtler, wenn hier einer ist, dann sag das mal. Ja, genau. Wie ich den Mr. Mobile... Oh, ne. Da ist er doch schon, der ist ja doch schon vorbei, der Mr. Na ja, what's up. Nein, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ja. Da hast du was denn gemacht? Voll der Cheetah. Voll der Cheetah, Alter. Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Oh, what the fuck, warum... Warum wurdest du gar nicht getroffen? Das ist ne gute Frage. Von meiner... Ja, komm, gönnt euch alle diese beschissenen Drecksmagneten. Nein! Ja! 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 Den hast du doch gut gemacht, ey. Boah, geil, ey. Leute, ich hab schon wieder ein Achievement bekommen. 0,15 Sekunden, na gut, das ist jetzt nicht so viel gewesen. Ja, ich bin an der einen noch hängen geblieben und du hast deine Rakete noch echt gut genutzt, ey. Das war ein gutes Rennen, ey. Das war echt knapp gewesen. Jetzt machen wir mal eine Custom-Map hier. Das war sowas von knapp gewesen. Gibt's gar nicht viele... Gibt's gar nicht viele Maps, okay, dann hatte ich das ja erledigt. Dann machen wir random. Dann können wir ja wieder Fun-Ride spielen. Oh, nee. Alts! Au. Alle geschnetzelt. Juhu! Hallöle. Wer ist denn der Pirat hier überhaupt? Der Roter im Pirat. Achso. Boah, hat's die... Juhu! Ja, genau. Juhu, dann weiß ich gar nicht was. Man hört sogar, was ich habe. Ja. Eine Tatze! Nein, ich bin runtergefallen, ich trockle. Ja! Ja, aber nicht gut. Diese Runde ist nicht gut, irgendwie. Ja, jetzt sagen sie immer. Ja. Ja. Boah. Alles gut, ich... Ja, die Maps sind schon auf jeden Fall... Ach nö, kommt schon wieder ein scheiß Magnet. Ja, der war von mir. Nein, verpasse ich das auch noch. Aber du bist ja echt voll weit vorne. Was hast du denn noch? Na, Raketen. Zwei Raketen direkt. GG! Alter, schon wieder, was? Vielleicht kriegt er noch Kino ein? Nee, nee. Nee, die Map ist nix für mich. Da muss man zu viel springen. Aber wie lange er gebraucht hat, bis um zu mir zu kommen? Holy shit! Jetzt hat er einmal gewonnen, jetzt fühlt er sich hier wieder... Zweimal, ja? Zweimal erster gewonnen. Wie der Kaiser von China nach seinem ersten Sieg hier. Zweimal, hallo, ja? Ich muss dann gleich wieder meine Synchro-Neustart, das ist so kacke. Ich muss erst Server-Neustart, ich bin scheiße. Nein! Siehst du, das war die Rakete gewesen? Die kann explodieren, wenn du auf den Gena aufpreschst. Juhu! Ja, er steht wieder in Flammen hier. Das ist total uncool. Ich will über eine Tatze an so richtige geile Speed-Symbole. Ja, komm. Hat er mich einfach mitgenommen, die Sau. Unglaublich, ey. Ey, ich hatte doch den Luftballon! Wie konnte er mich denn treffen? Oh, lol. Man kann sich selbst in die Luft... Normalerweise sprengt man sich mit der Rakete nicht immer selbst in die Luft. Das hab ich mir grad auch gefragt. Oh, er mit deiner verwichsten Rakete. Aber die Frage ist, wie kommt man da raus? Zweiter müsste ich doch eigentlich wenigstens noch werden. Ja! Ach so, ich hab drei Raketen hintereinander. Drei... Hast du verbockt? Ja, weil ich mich die ganze Zeit selbst in die Luft spange. Erster Sieg für Dark Hunter hier, Respekt. Der dritte, bist du eigentlich bescheuert? Oh, ich hab schon wieder ein Achievement bekommen. Ah komm, der lügt doch rum, Alter. What the fuck? Ich muss mal eben gucken, was ich neues hab. Drei Stück. 50, 25 und 50. Warte mal, ich guck auch mal. Ich hab gar keine Achievements. Ich hol mir erstmal ein paar Sachen im Shop. Für meine 150.000. Ah komm, leck mich. Der cheatet. Nehmen wir den mal. Einen Hut noch. Ich behalte den blauen. Ich find den blauen sind cool. Dann bleib ich beim blauen. Ah, das sieht ja geil aus. So, jetzt brauchen wir noch eine Brille. Äh, was nehmen wir da denn mal? Wir nehmen natürlich immer das teuerste. Nehm ich das teuerste. Wir nehmen die 2015er Brille. Ne, dann nehmen wir den... Ach ne, ich kann ja nur eins nehmen, ne? Immer das. Und wir nehmen noch was, was der Typ hinter sich her zieht. Ne, das ist zu teuer. Ah, ein paar Geldscheine für 15.000. Nehmen wir auch noch. Ja, wir haben schon 13 Games gemacht. Holy shit. Ah, ich muss das erst kaufen. Ich trottel, warte mal. Natürlich muss ich das kaufen. Ja, ich hab mich grad vertan. Ist das wirklich doof? Das nehmen wir noch. Und eine Brille nehmen wir jetzt auch noch eine schöne. Dann nehmen wir die... Warte. Der Rotweinpirat hat 540 Bewertungspunkte. Ich hab grad mal 45 und du 65. Warte mal, was nehmen wir denn da noch? Au, das sieht doch geil aus. Zack. Und fertig ist mein... Fertig ist mein kleiner feiner Drache. So. Aber wie hässlich sieht der denn aus? Voll geil, ey. Dass du von... Er hat immer noch den Standardcharakter. Natürlich, ich hab doch gesagt, behalt den. Was? Voll schlecht? Er sieht voll geil aus, hallo? Der geht so. Ja. Gönnt euch. Komm jetzt. Komm zurück. Hi. Leute, wie scheiße dein Charakter aussieht. Wie scheiße dein Charakter aussieht. Wie scheiße dein aus? Ach so egal. Nein, ich hab mich selber geschnitzelt. Oh oh. Der Mr. Mobile Fanboy. Nein! Das ist eigentlich der Drache. Das ist doch voll verarschend. Ich bin da drüber gesprungen. Au. Komm zurück hier. Okay. Und der Zweite. Ah, er hat schon wieder mit seiner Karte geht. Ich weiß nicht, wie man die Rakete ablegt. Also ich bin nicht immer, nicht immer explodiert. Das wusste ich. Ich bin auch nicht explodiert. Doch, jetzt? Jetzt wo du es sagst. Ja, du hast mich doch in die Luft gejagt. Ja, aber wie... Ich bin auch selber in die Luft. Wie geht das? Ja, eben. Ja, nur wenn du dich selber in die Luft jagst, anscheinend ist das so. Okay. Weiß ich jetzt. Vierter, ernsthaft? Was? Ist die Siegeserie vorbei? Ja, Mann. Nein, ich bin so schlecht auch nicht. Komm zurück. Oh, wie du... Nein! Autsch! Ich habe gerade das EG von Autsch bekommen. Das gibt es doch nicht, ey. Wie jetzt? Bist du Vierter geworden? Der roter Pirat hat uns echt gesnaggelt, ey. Nein, okay. Wie viel bist du gewesen, Dritter? Ist doch egal. Hu. Hauptsache ich bin nicht Vierter. Das ist ja das Schlechteste. Das ist ja Matthias. Sag derjenige mit dem Standardcharakter. Ich finde die cool. Hallo? Kein anderer... Kein anderer ist blau. So. Ich kann mich jetzt hier schon zurückziehen, weil ich habe ja alles erreicht in diesem Spiel. Ich habe alle Charaktere. So Leute, das war es gewesen mit Fun Run. Mit Fun Run 2. Ja, in Fun Run 1 habe ich auch schon alles. Nein, schon doppelt nochmal. Hast du gar nicht. Du hast den goldenen Monkey noch gar nicht. Ich habe alles. Ich habe alles hier. Ach komm, lüg dann hier rum. Ich habe auch alle Charaktere, die es im Spiel gar nicht gibt. Das ist eine beschissene Map. Welche Idiote hat für diese Map gestimmt? Ich. Die finde ich ja gut genug. Das ist Kacke. Toll, jetzt wollte ich dich abschießen, jetzt habe ich es ja nicht hingekriegt. Ja. Meintest du so? So einfach meintest du, wa? Meintest du so? Meintest du so? Warum jumpst du eigentlich über die Itemfelder? Dann bist du gar nicht scheiße. Ich dumm bin. Ich dumm bin. Na, wenigst du das ein, ja? Nein, der Rot war ein Pirat, du dummer Sackdauer. Ah, ich hasse dich. Vor allem, das ist immer, man weiß immer genau, es wird immer gleich wird was kommen. Immerhin, zweiter. Immerhin, zweiter. Ich hasse die Rakete. Die Rakete ist scheiße. Ja, ich verstehe aber auch nicht genau. Oh, schon wieder das Achievement. Ah komm, das ist eine Lüge. Ich hoffe, die ganze Zeit zu labern ist. Das ist kein Achievement, was du da kriegst. Doch. Na.